ja meine lieben willkommen bei abonacho willkommen in emperium galactic survival meine private version ja weil together momentan ja nicht so funktioniert wie wir uns das vorstellen sind wir jetzt in meinem privaten spiel was ich so für mich gemacht habe da führe ich euch mal kurz ein bisschen rum den kennt ihr ja schon den dicken na nö ich könnte schwören ich hätte da schon die artillerie drauf gehabt steht die vielleicht für den wäre da gar keine drauf wenn die jetzt für den hover nicht mehr zur verfügung stehen würde mit dem ipa 1 3 patch weil ich will euch mal so ein bisschen rum also das hier ist halt für unseren horror der hat hier halt auch seine füße drunter müsste man eigentlich tatsächlich mal ausprobieren nur muss ich den dazu hoch stellen eventuell da ist mir auch mal so eingefallen eventuell das kisten weiter nach vorne zu machen also die elektronik wird dass der nach oben geht das ist dann ein bisschen weiter aber dann knallt er unten schneller auf muss man muss man mal gucken hier wollte ich noch was machen was habe ich denn der ist schon fertig hier fehlen noch 1 2 3 4 also zweimal passt und da kann ich mir dann gleich auch warte mal hier bin ich doch auch noch was an mich hier noch was machen nein das ist fertig gut da habe ich ja die sachen drinnen wo ich dann immer munition so noch drinnen mache hier bin ich kräftig angekommen da seht ihr gerade da könnte ich mal ein paar von machen ich glaube die brauche ich auch wieder so ja mach halt mal so und mach halt mal so umlackieren wie es im 20 werden wurde ach nee das ist sogar zu viel so da kommen ja jeweils 50 stück oder 25 stück oder was raus so da habe ich sogar noch ein bisschen was zu essen drin wie schön so ist nicht weitergegangen warum nicht weil mir gereinigt ist sag ich doch räume ja so dann wollte ich die kisten hier mal einmal so umlackieren wie es im dingens hatte das machen wir mal eben zack zack das sind die erz kisten da habe ich in den in den ecken jeweils weil die toolkisten drin ihr seht ich habe ohne ende verdammt verlagung gemacht ich habe ja auch einiges drin weil ich einiges an ärzen geholt habe und dann haben wir hier halt das eisen magnesium und alles drin kopf habe ich nicht so jeder muss ich ah ich weiß aber wo eine ist da haben wir auch noch ein bisschen eisen drin und hier haben wir das satium drin das habe ich vom mond geholt das war eine einzige mine 12.000er und dann haben wir hier das neodym das habe ich gleich mitgenommen war ja auch auf dem mond und hat den schotter und da habe ich nichts drin warum habe ich jetzt weiß ich nicht lassen war ach so und die hier war dunkelgrün wenn ich nicht irre machen wir auch so haben wir das schon mal fertig und das kleine häuschen weil ich mir hier gebaut habe das habe ich mir auch als dingens fertig gemacht ich muss da hinten als blut print habe ich mir fertig gemacht und ich muss hier hinten allerdings muss ich noch mal was ändern jetzt bin ich am überlegen gewesen aber ich werde es wohl in der reihe ändern sprich ich werde hier muss noch ein blog rein da habe ich nämlich um meinen kleinen konstruktor drum herum gebaut und ich werde das ich werde wahrscheinlich dann diese reihe und diese reihe ändern aber jetzt nicht jemand privatspiel sondern halt um den als für den blut drin später ganz einfach weil hier habe ich ja vier hingekriegt und jene hat jeweils drei weil ich diesen breiten gang gemacht habe und dann mache ich den auch wieder dicht jetzt mal gucken was sagen die ströme die sagen reicht da müssen auch noch die dicken konstruktor in die habe ich auch noch nicht wurde jetzt noch mal inne sollte ich vielleicht auch das wasser mit nämlich 900 und einmal rüber ja warum habe ich ein zwei drei vier warum habe ich 12 das mit diesen stationen so gemacht ganz einfach hier ist der eingang kommt also rein kann direkt mal sauerstoff wenn man braucht und ich heile den sauerstoff den habe ich das ist jetzt nur mit drin weil ich das ja als blueprint fertig gemacht habe und dann kann man sich das auf anderen planeten auch mal holen und wenn man hier mal schaut wo ist er denn jetzt hier ist mir übrigens auch mal runter hatten dann kann man sich über dem workshop was runterladen weil ich in den screenshot gesehen hat das ist ein rundes ding und ich bin immer davon ausgegangen man kann es nicht bauen habe ich mir im all aufgebaut kann man auch nicht das sieht noch von weitem rund aus ja ist aber im namen dann nicht mehr so ist das die first place ja was hat die denn 20 mal 30 mal 7 block anzahl 1524 alles holz anlock level 10 man sieht man braucht natürlich von anderen auch ein bisschen aber das hat man ja schon fast alles im stahl damit drin glaube kupfer oder kobalt was hat man 150 oder was die lizium ja man muss ein bisschen was besorgen aber nicht so viel halt nur eine menge holz und das ist ja so schlecht nicht dauert eine stunde bis fertig ist hier drin ist auch genug licht aber das brauchen wir jetzt nicht so was wollte ich denn jetzt ich wollte genau das kenne ich ja schon dabei schon jede wette nein das ist vorne teil vom schiff das ziehe ich jetzt zum ersten mal oder was ja tatsache da war ich doch schon ne da muss ich doch schon drin gewesen sein das heck ok da wurde jetzt eigentlich hin weil da haben wir kupfer und hier haben wir noch so zwei teile da ist das vorderteil ach guckern dann ist da das heck moment vorderteil und heck dann müsste hier irgendwo das mittelstück sein dazwischen da wollte ich jetzt aber eigentlich hin nur vorher wollte ich hier hin ich glaube die habe ich auch noch nicht auseinander genommen was haben wir hier noch aber noch ein bisschen kobalt die station könnte schon gehabt haben müssen wir mal gucken so viele stationen habe ich ja auch gar nicht wenn man sich das mal so anguckt das ist gar nicht so viel der witz war ich hatte hier zwei große eisenlager ich kann was heißt große also ein 3 und ein 9000 glaube ich um den dreh sowas wollte ich mitnehmen da ich ja alleine bin wenn ich zur station gehe habe ich mir noch gar nicht fertig gemacht du bist immer noch machen machen und tun mach doch mal dann mache ich folgendes das ist ja auch blöd ich wollte sowieso ein paar von mitnehmen brauche ich nicht weiß ich nicht ne brauche ich nicht detail komponenten brauche ich das brauche ich und elektronik glaube ich brauche ich wo weiß ich nicht und das weiß jetzt auch nicht so aus dem kopf nehme ich mal erst mal mit legen das mal kurz hier hin und dann wollte ich ein sturmgewehr in reserve machen und eine pistole ja das wollte ich nämlich einmal gemacht haben schnell dann muss ich noch mitnehmen das habe ich nämlich auch noch nicht im meinungleiter drin so das sind meine munitionskisten 30 mm drin und hier noch nix brauche ich auch noch nicht hier steht hier nur ein ding drauf ich bin auch schon lange nicht mehr von dronen angegriffen worden also von daher ist das jetzt mal eine relative geschichte so weit das ding kommt als ersatz da rein das kommt das kommt und davon packen wir zwei rein die brauche ich jetzt eigentlich auch nicht weil die sind jetzt egal so haben wir und der rest können wieder zu 90 können bleiben obwohl kann man eben noch schnell ein bisschen mutition nachgreifen was bräuchten hier und kommer acht sind sie doch mach einfach mal mehr und können wir eh noch brauchen so ich könnte auch mal die 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 dickeren waffen machen bei gelegenheit jetzt jetzt brauchen wir nicht der rest kommt in hofer dann guck mal wieviel mutition fertig ist was will ich da haben wenn ich doch daheim muss dann guck mal wieviel mutition fertig ist und äh eben dieser mit hier habe ich auch der ist ja an die läuft denn ja ok vergessen auszumachen so hier will ich eben auch so sachen für munition drinnen ich sollte mir nur nebenbei die teilstöcke noch machen ach da unten läuft es schon deswegen ja ok hast gewonnen und die sachen die packe ich hier unten hin für den fall dass ich draufgehe brauche ich ja reserve kram und ich glaube das ist dann gar nicht mal so schlecht wenn man das hat so ach neun millimeter neun millimeter die ähm munitionskiste haben wir hier und da haben wir die waffen ne ne hier haben wir die munition ähm ich hab ja noch 5 ich hab ja nur 5,8 so das und das und das 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 und den nehmen wir auch noch mit das kommt jetzt auch in den Hauber so Kollege hab ich hier gar nicht drin sondern hab ich hier viel zu viele mach halt noch 40 Stück reicht hab in den Hauber mit dir die sachen die packe ich immer in den Konstruktor rein weil dann weiß ich wo sie sind und ich nehm sie nicht versehentlich mit raus so das kann ich jetzt eigentlich auch mal darin packen nehmt mir eigentlich nur unnötig Platz weg und let's go Moment so hm sekundär tief oh oh sekunde gesundheit sagt man so ok ähm gehen wir nach oben so in welche Richtung muss ich ich glaube in oh genau war doch in diese Richtung oh da ist wieder ein bisschen krass das muss ich auch noch mitnehmen da müsste ich gucken wenn ihr das seht immer eigentlich direkt einpacken so muss hier hinten rum da sonst komm ich gar nicht hin und was wollte ich mir denn noch machen also ich hatte ja hier den Striker stehen den hab ich mittlerweile ja wieder abgebaut weil der hat mir sowieso nicht gefallen ich wollte ein CV bauen allerdings ein Teilstück des CVs den größten Teil den werde ich dann im Alt bauen ähm oh da ist auch noch ein schönes Promete war noch ein kleines so wie komme ich denn jetzt genau da will ich nämlich hin ich hab's noch im Comcenter und das habe ich offensichtlich noch nicht auseinandergenommen ok dann da war ich offensichtlich auch noch nicht dann muss man wieder seitlich hoch in der Hoffnung dass ich in der Hoffnung dass ich ganz hoch komme wollte ich gerade da aber oh da wäre aber eine schöne Stelle zum einfach mal stehen bleiben komme ich jetzt na jetzt hat das wieder bei Hand weiter geht nicht ok ne keine Chance der rutscht jetzt runter obwohl ich in die andere Richtung drücke das ist doch ein Witz das ist doch wirklich ein Witz ich hab in die Richtung gedrückt zeitlich halt ne aber keine Chance der ist trotzdem runter ja weil er ist nicht das ist doof ich will da jetzt aber nicht her oh wenn das Heck irgendwie schiebt dann ist auch nicht gut andere Seite ging aber auch nicht ne kam ich auch nicht her was sagt denn die Karte dazu nö ja doch hier vielleicht da komme ich vielleicht durch dann probieren wir das eigentlich wollte ich mit den Hover gar nicht mehr los aber wenn ich da jetzt an so einer Fabrik hingehe dann ist es halt sinnvoll den mitzunehmen gerade wenn ich auch eben euch mit habe ganz einfach dann brauche ich die dreimal zurücklaufen auch wenn es nicht so unheimlich weit weg ist aber er hat dazu schon Lust ah ok und dann ne das geht nie wieso sieht denn das auf der Karte so anders aus ich bin hier doch irgendwie muss ich ja ne wenn ich den von hier aus hier muss ich nicht warte mal da vielleicht sonst gehe ich jetzt hier doch einmal rüber dann laufe ich halt oh da keine Chance keine Chance komm ich leine einfach hier unten hin hier 100 Meter noch ne da keine Chance hüpfen geht nicht was ist das für ein Witz ne ich gucke mir nirgendwo her das ist deswegen und das dumme ist halt der CV der kann sich nicht selber verteidigen äh der SV ja und was soll ich ganz ehrlich in ein Kampfgebiet rein und ein Raumschifter stehen haben was ich selber nicht verteidigen kann das ist totaler Blödsinn deswegen habe ich auch keinen Bock mehr mit dem äh SV großartig über den Planeten zu fliegen wenn ich mich ins Kampfgebiet begebe weil das nutzt mir ja nichts den kann ich ja gar nicht alleine lassen so versuchen wir es hier so nochmal komm also ein bisschen seitlich na ist klar so gucken welcher Bug das äh Bug sag ich schon welche Taste da jetzt wieder am klemmen ist hier 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 komm hier äh ah die Nulltaste muss die Taste dumm ausnehmen ne ich muss das jetzt erstmal hier anders machen versuche das später nochmal rüber zu kommen warte mal das könnte ich aber warte mal bis hier hin na bis hier hin könnte ich okay dann machen wir das rausgesetzt ich komme mir jetzt hier diese kleine Ecke hoch so einmal anschmeißen und komm du hast doch sowas wie jetzt will er nicht jetzt will er Togo nicht nicht nutzen keine Chance das ist dann auch blöd ne dann will er mal den den auch jetzt nimmt er ne na super ach Gott ey so jetzt aber wieder nö jetzt macht er direkt dann hat er direkt den Togo reingeschmissen ja den den Booster so weiter 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 nein geh runter oh okay nee komm das ist doch jetzt nicht das ist nicht dein Ernst oder er hat hoffentlich vorbeigeschossen hat er gut wo hat er denn dann hingetroffen hat sich so laut angehört gut dass der auf dem schießt klar ne bei 300 Metern aber dass der mich da schon gesehen hat wer hat er denn dann geschossen bitte okay vier vier Dinger sehe ich das ist gut komm schon das ist jetzt dein Ernst gewesen jetzt habe ich ja getroffen na natürlich nähert sich jetzt ein Transporter was auch sonst das ist aber auch nicht so schlimm so dann darf ich nur bis 200 Meter an sich ran das heißt ich sollte mal eine andere Ecke suchen irgendwie eine Ecke von wo ich von wo ich das Ganze besser sehen kann das wäre ganz gut hier ist schon mal nicht schlecht jetzt kommt allerdings erstmal eine dusige Transporter um die Ecke gucken wo der absitzt na komm schon so hm super ganz toll das ist auch so komisch ne der Transporter setzt da kannst du hinlaufen wo du willst der fliegt dir immer so lange nach bis du direkt quasi vor deiner Nase absitzt ja und dann sind Spons aber irgendwo anders also nicht unbedingt immer am Transporter so wie jetzt Transporter wenn wir hier irgendwas abgesetzt haben ist aber gar nichts da null so hier Magazinen brauche ich für diese dusseligen Geschütze so viel weiß ich und das na nö geh nochmal weg der kam ja irgendwie warum der ist plötzlich so nah jetzt kann ich aber ran sehr schön du hast du hast mich noch nicht gesehen ne das ist sehr gut so mache ich jetzt erstmal die Geschütze weg das ist genau dann ach so das war ja das Vorderteil da vorne oder das Sack war das 1 2 1 5 von beiden jetzt gewesen dann so noch mal da ziehen bis 150 Meter konnte ich ran dann werden wir die beschossen so das ist aber ja Moment dann kann ich doch an die Drohne ran wenn es 150 Meter sind dann geht das doch mal gucken wo der Transporter jetzt landet da muss man sich dann echt so die die Ausdauer aufbewahren weil die wird man dann brauchen na jetzt sehe ich doch wieder nichts das doch böse ganz böse und wir lieben die Folge schon wieder durch das heißt sobald der da ist er jetzt passt er auf der kommt jetzt direkt bis zu mir und hier vorne lässt er runter so und jetzt kommt er sag ich doch und das ist Schwachsinn tut mir leid aber das ist totaler Schwachsinn ja also bitteschön welcher vor allen Dingen man hat es jetzt ja gehört aber sehen tut man nichts okay das war Nummer 1 sicher ich habe aber dass die noch nicht schießen waren das jetzt alle drei jo und das mit Verlaub das ist Blödsinn bitteschön wer tut die Leute wirklich direkt über den über der anzugreifenden Person absetzen nein das ist totaler Blödsinn so wo sind jetzt diese komischen Viecher der an zwei verschiedenen Punkten jetzt hier abgesetzt oder oder was da ist einer ich hoffe immer der ist alleine meine Lieben wenn es euch gefallen hat lasst mir da gerne einen Daumen hoch da Social Media genau so ein Blödsinn es kommt hier alle fünf Sekunden zum Transporter naja das sehen wir dann in der nächsten Folge bis dahin bye bye